Der Weltklasse-Athlet Joe Kingman hatte alles. Begeisterte Fans. Coole Autos. Und ein Leben, um das ihn jeder beneidete. Bis das Schicksal. Eines Tages vor seiner Tür stand. Mein Name ist Peyton. Ich bin deine Tochter. Hallo. Ich hatte nie ein Kind. Meine Geburtsurkunde. Dein Name steht da drauf. Mein Name steht da nicht. Joseph Kingman. Von Walt Disney Pictures. Er fordert Disziplin. Hast du Schokolade hier? Es gibt keinen Zucker in diesem Haus. Kinder lieben Zucker. Mein Dad hat mich nie Zucker essen lassen. Oh, vielleicht lächelst du darum ja nie. Aber nie zuvor musste er sich einer Herausforderung dieser Größe stellen. Dafür bin ich nicht qualifiziert. Mütter, bitte, dann. Jetzt. Und jetzt kommt's drauf an, noch drei Sekunden zu spüren. Willkommen in der Zauberwelt der Ponys. Was ist passiert? Schau zurück. Womit haben wir das verdient? Braucht er wirklich... Einen, den ich von ihm schon war. Peyton? Eine neue Strategie. Peyton! Was soll's? Der Letzte, von dem man es erwartet hätte. Du bist als Kind ein Profi, aber ich bin als Vater noch ein Anfänger. Feuer! Ist vielleicht genau der Richtige für diesen Job. Magst du einen Kek? Was war in diesen Keksen? Milch, Milch, Zimt. Ich bin allergisch gegen Zimt. Drei, zwei, eins und bitte. Boston Rabbit, spüre das Feuer. Boston Rabbit, genieße die Magie. Daddy ohne Plan. Schweig! He 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 he.